Beste Frau Di Salvo. Naja, sagen wir mal so, wenn das Wörtchen wenn nicht wäre, wenn wir nämlich davon ausgehen, dass sich dieses Hoch hier über dem Norden von Skandinavien kräftig genug entwickelt und es dann eventuell zu Niederschlägen kommt, könnte es erstens aus Nordosten sehr kalt werden, weil am Rand des Hochs Kaltluft zu uns fließt. Ja, und wenn dann noch Niederschläge dazu kommen, fallen die als Schnee. Momentan sieht es aber nicht danach aus. Und für unser Wetter in Hessen wird auch erst mal hier Hochachsel interessant. In Hessen zieht der letzte Regen heute Nacht auch noch ab. Und später ist es überall, teils klar, teils wolkig und trocken. Gebietsweise bilden sich Nebelfelder. Morgen steht uns ruhiges und trockenes Wetter ins Haus. Regional können sich die Nebelschwaden allerdings noch recht lange halten. Einige sogar den ganzen Tag über. Abseits davon wird es aber sonnig. Heute Nacht sinken die Temperaturen auf plus ein bis minus drei Grad. Vorsicht, streckenweise wird es glatt durch reif oder überfrierende Nässe. Tagsüber ein Grad in der Rhön bis sechs Grad plus in Südhessen. Am Montag erst Sonne, Wolken und Nebel. Am Abend kann im Westen gebietsweise etwas Regen aufkommen. Am Dienstag sind die Wolken in der Überzahl. Und es regnet ab und zu noch was. Der Mittwoch ist meistens grau und trüb. Regen fällt aber kaum noch. Von den Temperaturen her ändert sich in den nächsten Tagen auch kaum was. Das war's vom Hessenwetter. Tschüss. Das war's vom Hessenwetter. Das war's vom Hessenwetter. Untertitelung des ZDF, 2020